Im Epheserbrief und durch den Epheserbrief bekommen wir eine gute Ermahnung. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung in eure Berufung. Ein Herr, ein Glaube, die Einheit wird hier quasi heraufbeschworen, an die Einheit wird erinnert. Aber es geht auch ein Stück um die Hoffnung. Wir sind Hoffnungsgeberinnen und Hoffnungsgeber. Und diese Hoffnung scheint mir gerade in diesen Tagen durch viele Dinge angeknackst zu sein. Covid, der Krieg in der Ukraine, die Frage, wie es in Zukunft weitergeht, wie wird dieser Herbst im Winter weitergehen, sozusagen, in dieser ganzen Bewegung vom Herbst in den Winter. Noch einmal, wir sind Garantinnen und Garanten, dass diese angeknackste Hoffnung, dass diese angesägte Hoffnung nicht vollends schwindet und verschwindet. Dass wir Menschen sind, Christinnen und Christen, die keine billige Hoffnung geben, einfach so daherreden, um andere Menschen zu beruhigen, sondern dass wir getragen sind, dass wir fundiert sind und dass man uns das auch anmerkt, dass wir eine Hoffnung zu geben haben, die mit einem Fundament kommt, die nicht billig dahergeredet wird und die auch keine Hoffnung ist, die jetzt ausgesprochen ist und danach wieder schwindet. Es ist ein Auftrag an uns, aber wir müssen selbst eben auch in dieser Hoffnung leben, um anderen Menschen Hoffnung geben zu können und sie wieder zu hoffenden Menschen zu machen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, aber auch Mut, das zu tun und dazu sind Sie gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.